Weshalb gibt es eigentlich DevOps? Bestimmt nicht nur, weil Bad End für Betrieb und Entwicklung doof klingt. Das schauen wir uns gleich mal an. Herzlich willkommen zur Vorlesung DevOps. Heute starten wir mit einer kleinen Motivation. Was ist DevOps und wo kommt DevOps eigentlich her? Bevor wir dann in den folgenden Vorlesungseinheiten mehr in die Details einsteigen. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, ein Gelerntziele für heute. Sie sollen verstehen, worin die Probleme in der klassischen Trennung zwischen Entwicklung und Betrieb liegen und den zentralen chronischen Konflikt, als auch die damit in Zusammenhang stehende Abwärtsspirale hinsichtlich von Firmenzielen verstehen. Bevor wir tiefer in das Thema DevOps einsteigen, habe ich einmal ein kleines Quiz vorbereitet. Und zwar würde ich Sie jetzt einfach mal bitten, aufzuschreiben oder sich zu notieren für die folgenden acht Fragen, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Jeder hat ja vielleicht schon mal was über DevOps gehört und kann sich jetzt einfach überlegen, ob das, was da steht, wahr oder falsch ist. Musik So, ich hoffe, Sie sind alle durch. Und ich hätte gesagt, wir fangen einfach oben an und schauen uns mal jede der einzelnen Behauptungen an. Und zwar, die erste ist, DevOps funktioniert nur für Startups. Das ist so ein Gerücht, das hält sich schon relativ lange. Und es ist ein Gerücht, das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal falsch. Der Ursprung von DevOps liegt definitiv in Firmen wie Google, Amazon, Netflix und Etsy. All die Firmen waren aufgrund der Prozesse rund um riskante Code-Releases dem Problem, dass Features nicht schnell genug ausgerollt werden konnten. Compliance-Sorgen, aber auch Probleme mit der Skalierung und auch Misstrauen zwischen Entwicklern und Betrieb getrieben, ihre Prozesse zu ändern. Und all diese Firmen, also auch in ihrer Größe, haben ihre Kultur, also ganz wichtig die Kultur, aber auch die Prozesse angepasst. Und daraus ist das entstanden oder ein großer Teil von dem entstanden, was DevOps heute ist. Die zweite Behauptung, DevOps ersetzt agile oder agile Methoden, ist definitiv falsch. DevOps ersetzt agile Methoden nicht, sondern ergänzt bzw. setzt diese einfach fort. Viele DevOps-Praktiken entspringen eigentlich dem Bedürfnis, dass mit potenziell auslieferbarem Code, so wie das eben bei Sprintende von Scrum entwickelt wird oder einem lauffähigen Inkrement oder potenziell lauffähigen Inkrement, je nachdem, wie man das nennen möchte, zum Beispiel an einem Sprintende, irgendetwas gemacht werden sollte. Also der Code ist eingecheckt und kann gezeigt werden. Also man möchte jetzt erreichen, dass der Code sich auch nach so einem Sprint in einem auslieferbaren Zustand befindet und dass aber auch Entwickler den Code in produktionsähnlichen oder produktionsnahen Umgebungen anzeigen oder zeigen können. Die dritte Behauptung, DevOps ist nicht kompatibel zu ITIL, ist auch falsch. Also wer ITIL kennt, das ist Information Technology Infrastructure Library, ist ein Teil von ITSM, also dem IT Service Management. Wer das jetzt noch nicht kennt, weil das ist jetzt der gemeine Teil, ITIL enthält einen etablierten Katalog von Prozessen und Vorgehensweisen, die speziell im IT-Betrieb unter anderem auch für Service-Strategien und Support genutzt werden. Also da drin ist eigentlich erklärt, wie man Prozesse speziell im Service oder Support aufbauen kann und durchführen kann. Und das ist ein recht umfangreiches Regelwerk. Und tatsächlich ist der erste Eindruck, das lässt sich vielleicht gar nicht so vereinbaren, da ja in DevOps alles viel schneller geht und die Prozesse anders ausschauen. Die Herausforderung an der Stelle ist eigentlich, dass man mit den Deploy-Frequenzen in DevOps zurechtkommen muss. Und deswegen müssen einfach sehr viele ITIL-Prozesse vollständig automatisiert werden. Also das, was Stand heute händisch gemacht wird, muss an der Stelle automatisiert werden. Und das löst jetzt interessanterweise ganz andere Probleme in ITIL, zum Beispiel die Aktualität von irgendwelchen Konfigurationsmanagement-Datenbanken. Weil ganz oft solche Geräte oder auch solche Konfigurationen händisch gepflegt werden oder auch wurden. Und in dem Moment, wenn man in diesen DevOps-Modus reinkommt, sehr viel automatisch gepflegt wird und dadurch auch immer auf dem aktuellen Stand ist. Da DevOps jetzt noch schneller Fehler erkennt und auch schnelle Reaktionen erfordert, sind eigentlich die ITIL-Prozesse rund um Störungs-Problemmanagement noch wichtiger als zuvor. Die vierte Behauptung, DevOps funktioniert nicht mit Security und Compliance. Security und Compliance gehen eigentlich traditionell mit zahlreichen händischen Prozessen einher. Das heißt, ich habe da plötzlich Abnahmen und Freigaben und die sind auch ganz oft am Ende von einem Entwicklungsprozess. DevOps geht jetzt eben hin und integriert diese Prozesse in den gesamten Software-Entwicklungs-Lifecycle. Eigentlich führt DevOps damit zu einer höheren Qualität, zu einer höheren Sicherheit und einer Regelkonformität, wenn die Prozesse entsprechend integriert werden. An der Stelle sei dann auch nochmal auf die Vorlesung Software-Engineering komplexer Systeme verwiesen im vierten Semester. Und hier wird zum Beispiel das Wasserfallmodell durchsprechen und da auch zeigen, warum es eigentlich gar keine gute Idee ist, warum man bestimmte Dinge am Ende des Entwicklungsprozesses durchführt oder durchzuführen. Auch bei diesen Security und Compliance Maßnahmen, die erst am Ende geführt werden, da ist es viel geschickter, man führt die schon während dem eigentlichen Prozess durch. Die fünfte Behauptung, DevOps macht den IT-Betrieb überflüssig. Es kursiert manchmal der Begriff NoOps und auch das ist ganz einfach falsch. Der IT-Betrieb wird nicht flüssig, er arbeitet einfach nur viel früher mit der Entwicklung zusammen. Der Betrieb bietet dann zum Beispiel Dinge an, wie APIs, also Programmierschnittstellen zur Automatisierung oder Self-Services, um Prozesse zu beschleunigen. Das heißt, auch hier wird nicht mehr manuell nachgearbeitet, sondern automatisch oder sehr viel vollautomatisiert. Der IT-Betrieb bietet APIs, sprich Programmierschnittstellen zur Automatisierung und Self-Services an, um diese Prozesse zu beschleunigen. Der Betrieb ist somit bereits sehr früh in der Produktentwicklung beteiligt. Die sechste Behauptung, DevOps ist nur Automatisierung. Auch die Behauptung ist schlicht und ergreifend falsch. DevOps erfordert und ermöglicht auch einen höheren Automatisierungsgrad, benötigt dafür jedoch auch entsprechende Kultur und Architektur entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette. Es reicht also nicht, wenn nur das DevOps-Team oder der Betrieb sehr viel automatisiert. Es muss eben in der gesamten Kultur und in der Architektur mitgetragen werden. Die siebte Behauptung, DevOps geht nur mit Open-Source-Software. Auch ein Gerücht, was sich schon lange hält. Und dazu lässt sich nur sagen, in vielen Firmen wird es bei Open-Source eingesetzt, auch erfolgreich eingesetzt. Und gerade die Firmen, die sehr erfolgreich mit DevOps ansetzen, setzen entsprechend Open-Source-Software ein. Allerdings hat das Vorgehen und auch die Kultur nichts mit Open-Source oder der Software an sich zu tun. DevOps-Ansätze können auf dem klassischen LAMP-Stack, also Linux, Apache, MySQL, PHP, angewandt werden, können auf Microsoft-Technologie angewandt werden, können sogar auf SAP-Produkte oder SAP-Technologien angewandt werden. Und selbst auf selbstgeschriebene Software, und sei es eine Firmware, die ich für eine Hardware herstelle, kann das entsprechend angewandt werden. Und die letzte Behauptung, DevOps ist ein Tool, auch das ist falsch. Auch das hört man ganz öfters in Gesprächen, wo gesagt wird, ja, wir setzen, unser Betrieb macht DevOps, wir setzen das Tool von Anbieter XYZ ein. Und da kann man wirklich nur auf die Punkte 6 und 7 verweisen. DevOps ist kein Tool und DevOps habe ich nicht, wenn ich ein Tool einsetze. Und DevOps haben wir auch nicht, wenn wir jetzt plötzlich die DevOps-Variante von irgendeiner Plattform einsetzen. Also sehr viel, sehr viel hängt da an der Kultur, als auch eben an der gesamten Architektur, die hier eingesetzt wird. Dann ist natürlich die Frage, wozu braucht man denn eigentlich das, das DevOps? Und da macht es durchaus Sinn, dass man sich die Evolution von Entwicklung und Deployment von Features in der IT-Industrie von den letzten, oder von den vergangenen 40 Jahren mal anschaut. Und dann haben wir mal drei Punkte, das sind die Kosten, die Entwicklungszeiträume und die Deployment-Zeiträume. Und hier nochmal das kleine Spiel. Sie überlegen sich einfach mal, was könnten denn früher so die Kosten gewesen sein für eine Software und was sind die heute? Insbesondere für ein Feature, also wirklich, wenn ich von einzelnen Features spreche, wie haben früher und heute die Entwicklungszeiträume ausgesehen und wie haben früher und heute die Deployment-Zeiträume ausgesehen? Musik Musik Die Antwort hier an der Stelle, wenn man sich die Kosten überlegt, die früher für ein Stückchen Software angefallen sind, insbesondere für ein Feature. Da lagen wir früher bei 2 Millionen bis 3 Millionen als Beispiel. Heute bekommen wir ein Feature in vielleicht 1000 bis 100.000 Euro umgesetzt. Wenn man sich dann die Entwicklungszeiträume anschaut, war man früher, also wir sprechen da vor 40 Jahren, waren wir ungefähr bei 1 bis 5 Jahren. Heute sind wir da ungefähr bei wenigen Tagen bis Wochen, so in der Regel hat sich schon eingebürgert, 2 Wochen. Das ist so der klassische Sprint. Vielleicht mehrere Wochen oder vielleicht auch 1, 2, 3 Monate, wenn wir von einem Release sprechen. Und dann überlegen wir uns mal die Deployment-Zeiträume. Und da sprechen wir speziell von Software, die eben auch gehostet wird in dem Rechenzentrum, was ich als Service anbiete. Und wenn man früher sowas gebaut hat, da war man ja in den Mainframe-Zeiten, da hat man gesprochen von Wochen bis Monaten. Das waren Wochen bis 2 bis 3 Monate. Und wo stehen wir da heute? Heute sind wir immer noch bei Wochen bis 2 bis 3 Monate. Das heißt, was man da sieht, es hat sich eigentlich sehr viel getan bei den Kosten. Es hat sich sehr viel bei den Entwicklungszeiträumen getan. Also es wurde viel schneller. Aber wenn ich ein neues Feature ausrollen möchte, dauert das immer noch sehr lange. Das ist eigentlich so mit einer der Hauptaspekte, wie man zu DevOps kommt. Wenn man sich jetzt den Trend anschaut, das ist ein beschleunigter Trend von den 80ern bis 2000er. Und das ist übrigens die Zeitspanne, von der wir gerade gesprochen hatten. 40 Jahre. Das ist nicht irgendwie von der Erfindung des Computerzeitalters. 40 Jahre war eben in den 1980ern bis heute. Da waren wir in den 80ern oder 70ern im Mainframe-Zeitalter. Da hat man von Technologien gesprochen wie Cobol und DB2. Die Zyklusdauer für den Release war tatsächlich 1 bis 5 Jahre. Und die Kosten für Änderungen lagen da durchaus bei 1.000.000 bis 100.000.000 US-Dollar in der Software. Und wenn da was schiefgegangen ist, also die Folgen bei einem Fehler, das war der Bankrott der kompletten Firma oder ein Buyout. Also die Firma wurde komplett verkauft. Und man hat natürlich massiv Mitarbeiter entlassen. In den 90ern, das war dann eher so die Ära der kleinen Server-Architekturen. Da sprechen wir von Technologien wie C++, Oracle, Solaris, wer die Begriffe noch kennt. Da war man dann eher so in Zyklusdauern von 3 bis 12 Monate unterwegs. Aber auch da waren die Kosten noch 100.000.000 bis ungefähr 10.000.000 US-Dollar bei Änderungen oder Featuren. Und das war dann riskant eben für eine Produktlinie und einen Bereich. Das heißt, wenn mein Unternehmen eine spezielle Software hatte, war da eigentlich immer noch diese Linie von der Software gefährdet oder dieser komplette Bereich, der sich um die Software gekümmert hatte. Und wenn da jetzt was schiefging, dann hat man eben Folgen gehabt. Zum Beispiel hat die Umsetzziele verfehlt. Und vielleicht hat der CIO gekündigt oder ist vielleicht auch gegangen. Aber das war dann vielleicht noch das Dramatischste, was passiert ist. Seit den 2000ern bis heute hat sich da eben sehr viel geändert. Also das eine Software sind Commodities, also die sind wirklich schon fast Gebrauchsgüter bis hin zur Cloud. Und das sind eben solche Technologien wie Java, MySQL, Red Hat, Ruby on Rails, PHP. Aber auch JavaScript kann man hier einfach mal mitnennen. Und da sind wir bei Zyklusdauern von zwei bis zwölf Wochen typischerweise. Also drei Monate das Maximale. Und Features kosten da 10.000 US-Dollar bis eine Million Dollar. Und da ist ein Fehlschlag nur noch riskant für das eigentliche Produktfeature. Und wenn da was schief geht, da sprechen wir von 10.000 Euro oder vielleicht sind es auch mal 100.000 Euro, die das Produktfeature umfasst hatten. Das ist im Prinzip für die Firmen, die das herstellen, schon vernachlässigbar. Wer sich dafür interessiert, in den Quellenangaben gibt es entsprechend noch das Video und der Foliensatz, wo die Daten auch herstammen, wo das auch nochmal erklärt wird. Wenn man sich jetzt diesen Trend anschaut, kann man sich überlegen, was bedeutet das eigentlich, dass immer alles schneller geworden ist. Und da gibt es einen Begriff, das nennt sich der zentrale chronische Konflikt. Und in diesem zentralen chronischen Konflikt ist es eine Situation, die tatsächlich in den meisten Unternehmen herrscht. Dieser Konflikt entsteht dadurch, dass man auf der einen Seite sich sehr schnell auf verändernde Wettbewerbssituationen einstellen möchte. Das heißt, ich möchte sehr schnell auf neue Kundenbedürfnisse reagieren und ich möchte auf der anderen Seite stabile und zuverlässige, aber auch sichere Services für meine Kunden anbieten, die die wenigstmöglichen zeigen. Jetzt ist es so, dass die Entwicklung eigentlich dafür verantwortlich ist, auf Marktänderungen zu reagieren und dass Features so schnell wie möglich in die produktive Umgebung gebracht werden. Auf der anderen Seite ist der Betrieb dafür verantwortlich, dass möglichst stabile IT-Services angeboten werden. Dadurch lassen sich plötzlich aber Änderungen und neue Features nur schwer bis gar nicht mehr umsetzen. Das heißt, beide Ziele sind diametral, das heißt gegensätzlich angeordnet. Und dieser Konflikt führt am Ende zu einer Abwärtsspirale. Und diese Abwärtsspirale lässt sich in drei Akte im Prinzip gliedern. Dann, der erste Akt ist erstmal das Instandhalten zentraler und kritischer und meist sehr fragiler Systembestandteile. Jeder kennt oder hat diesen Spruch vielleicht schon mal gehört. Wir räumen das später auf. Das Problem an der Stelle ist jetzt, dass die Systeme, die am ehesten Probleme bereiten, immer unsere wichtigsten Systeme sind. In der Regel die Systeme sind, die die dringlichsten Änderungen bedürfen. Und wenn diese Änderungen an dem System fehlschlagen, hat das massive Auswirkungen auf die Kunden, auf den Umsatz, die Sicherheit, die Finanzen etc. Das heißt eigentlich auf alle Unternehmensaspekte. Und an der Stelle vielleicht einmal ein kleiner Exkurs. Dringlich und wichtig. Im Sprachverbrauch werden nämlich dringlich und wichtig ganz oft und auch ganz gerne vermischt. Gerade wenn man dann mit dem Produktmanager, das jetzt aus Entwicklung betrachtet, wenn man mit dem Produktmanager oder dem Product Owner spricht. und es kommt plötzlich ein ganz wichtiges Feature rein. Und dann kann man sich manchmal überlegen, ist jetzt das geplante Release zu einem bestimmten Thema wichtiger als die Fehlkonfiguration der Firewall? Oder ist es jetzt dringlicher? Und da habe ich ein sehr einfaches Beispiel, was man sich merken kann. Und zwar stellen wir uns einfach mal vor, ich habe eine Kerze auf dem Wohnzimmertisch stehen. Das ist das linke Bild. Und diese Kerze läuft aus. Da läuft Wachs auf meinen teuren Wohnzimmertisch. Und das ist wichtig, dass ich die Kerze ausmache und dass ich dieses Wachs weg mache, dass mein teurer Tisch nicht kaputt geht. Das ist wichtig. Aber gleichzeitig brennt es in meiner Küche. Das heißt, der Herd steht in Flammen und die Flammen sind knapp davor, auf die ganze Küche überzuspringen. Das ist dringlich. Dieses Feuer zu löschen und da die Feuerwehr anzurufen, das ist dringlich. Da kann die Kerze, obwohl es wichtig ist, dass das Wachs jetzt auf den Tisch läuft, da kann die Kerze noch einen Moment warten. Und das ist der Unterschied zwischen dringlich und wichtig. Es gibt einen Ansatz, wie man priorisieren kann an der Stelle. Das nennt sich die Eisenhower-Matrix. Sie ist jetzt heute kein Teil von der Vorlesung. Auf die werden wir später vielleicht noch eingehen, wenn es um eine Übung zum Thema Priorisierung geht. Wir haben jetzt den ersten Teil angesprochen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Akt der Abwärtsspirale. Jetzt hatten wir plötzlich die zuvor genannten Probleme. Und jetzt geht das Produktmanagement oder vielleicht der Chef auch hin und verspricht dem Kunden plötzlich neue Features. Teilweise auch als Zusage, weil ja vielleicht irgendwas schiefgegangen ist. Und typischerweise muss der Technologiebereich einer Unternehmung das realisieren. Das Versprechen findet jetzt aber immer statt, ohne zu wissen, ob das technologisch überhaupt möglich ist. Das ist ja in der Regel eine Business-Entscheidung, die da stattfindet. Jetzt gibt es also noch ein dringenderes Problem. Ich habe plötzlich eine komplett neue Herausforderung. Ich habe neue Technologien und ich habe plötzlich mehr technische Schulden. Weil was sage ich denn jetzt wieder? Ich sage wieder, wir räumen das später auf. Und somit bin ich plötzlich in dieser Spirale gefangen. Weil jetzt kommt konsequenterweise der dritte Punkt. Jetzt sind nämlich plötzlich alle beschäftigt. Alles muss am Laufen gehalten werden. Alle haben plötzlich weniger Zeit. Und alles dauert etwas länger. Die Kommunikation dauert etwas länger, weil es hat ja auch nicht mehr jeder Zeit. Die Listen der Aufgaben werden plötzlich länger. Das Backlog erfüllt sich an. Jetzt wird alles ein bisschen aufwendiger. Und jetzt hat es der Betrieb plötzlich schwer, stabile IT-Services zu liefern und bereitzustellen. Und dadurch werden plötzlich Änderungen noch weniger willkommen sein als vorher. Und jetzt kann plötzlich Entwicklung nicht mehr auf Änderungen reagieren. Nicht-technische Konsequenzen sind dann klassischerweise etwas wie Überstunden. Das heißt, man arbeitet plötzlich mehr. Dann muss man plötzlich am Wochenende noch arbeiten. Dann sitzt man vielleicht samstags noch im Büro. Dann bekommt man plötzlich Probleme bei Deployments bis hin zu Ausfällen. Dann muss man plötzlich Bereitschaften einberufen. Das kann so weit gehen, dass man plötzlich für die Produkte 24-7 Bereitschaften braucht. Dann fängt es plötzlich damit an, dass man zum Beispiel solche Deployments oder auch bei Problemen das nur noch retten kann durch persönliche Heldentaten einzelner Mitarbeiter. Die haben dann solche klassische Feuerwehreinsätze. Wenn sowas regelmäßig passiert, angefangen von den Überstunden bis hin zu den Feuerwehreinsätzen, dann kommen natürlich solche Dinge wie Burnouts dazu. Und wenn es dann so weit ist, dann passiert es ganz oft, dass Mitarbeiter auch kündigen. Und in der Regel sind die besten Mitarbeiter die ersten, die gehen. Und der ganze Ansatz oder diese Kultur rund um DevOps hat eigentlich zum Ziel, genau das zu adressieren und die Prozesse zu entschlacken und zu beschleunigen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls euch das gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn euch ein besonderes Thema interessiert, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Schreibt mir via Twitter, Discord oder sucht einfach mein Livestream und stellt die Frage dar. Die Links zum Stream und dem Schedule findet ihr in der Beschreibung unten.